Ihr wisst ja, es gibt die Plejade auf dem blauen Planeten und die sorgen dafür, dass wir beschützt sind. Und auf diesem blauen Planeten, der Plejade, leben und lieben die Türkisener. Die sind ganz im türkisenen Licht und die sind immer heil. Alles, was geschieht und wenn sie für dich und mich da sind, geschieht alles zur Heilung. Es kann nichts anderes geschehen, wie zur Heilung. Wie schön ist denn das? Die habe ich kennengelernt, das sind meine Freunde, die Türkisener und ich bin eine Türkisnerin. Meine Kinder sind es auch, die sind auch Türkisener, denn wir haben auch türkisene Augen. Und wir wechseln ja unsere Augenfarben und die sind auch türkis und wir können türkisleuchten. Das bedeutet, wir sind türkisener und egal was geschieht, es ist immer alles Heilung von innen und von außen. Deswegen leben wir auch ewig türkisener bei den Plejadern auf dem blauen Planeten. Wir sind hier auf der Erde für euch, um euch zu helfen. Türkisener zu werden.